Hi ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich muss schnell der Hanna sagen, dass ich aufnehme, weil sie wollte unbedingt dabei sein. Ich hätte gefragt, ob ich aufnehme. Okay. Ja, schreibe ich doch jetzt. Okay, weil ich soll es... Ich habe ihr gesagt, ich sage es ihr. Und Leute... Oh, es ist gerade wieder neuer da gewesen. Leute, es ist bald vollbracht, Leute. Bald, Leute. Wir brauchen das hier, Leute. Und bald, Leute. Wir sind so nah dran an dieser Maske, Leute. Wenn wir das schaffen... Ich weiß nicht, haben wir dann nochmal was zu fahren? Oder nicht? Das fährt sich jetzt schon tausendmal. Ich auch. Ja, ich suche immer noch Opal. Ich verzweifle immer noch an Opal, Leute. Ja, Leute. Und mal gucken, da drüben ist Opal. Mal gucken, ob ich Level 23 werde. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber Leute, ups. Aber Leute, das wird so cool, ey. Stellt euch mal vor, Level 23. Dann müssen wir wieder One Star machen, schätze ich mal. Wartet mal, Leute. 74. Leute, wir werden dem Ziel immer, immer näher. Leute, ich bin so aufgeregt. Leute, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ach, da ist noch was. Vorher hatte ich gar kein Glück mit Opal. So, ähm. Ja, Leute. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das schaffen wir jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir voll. Nein, wir brauchen. Es ist erst 74 gewesen. 600. Oh mein Gott, Leute. Oh, es ist so 20. Oh mein Gott, du musst es jetzt finden. Leute, ich, ähm, bin da einfach kein Opal hier. Dann wechsel einfach mal kurz den Raum. Ja, Leute, oh mein Gott. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich diese Maske mir craften kann. Oh mein Gott. Leute, es ist vollbracht. Oh nein. Wir haben sie, Leute. Wir haben sie, Leute. Wartet. Bevor ich was falsch crafte, gehe ich noch lieber aufs Buch. Oh Leute, wir müssen wirklich das craften. Oh mein Gott. Oh, du hast jetzt richtig wenig. Das sage ich dir jetzt schon. Oh. Ja. Oh, ich muss nicht kommen. Come on, hurry up. No time to close. Your next event is about to begin. Time for the Rainbowman Equestrian. Oh mein Gott. Nein, ich muss champion up. Oh mein Gott. Du bist einfach level 23. Ich bin so stolz auf dich. Juhu. Hör auf, Chiara. Du übertreibst es ein bisschen. Hör auf, auf den Haken zu drücken. Warum? Weil ich das mache. Oh, Leute, wir sind level up. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Jetzt muss ich jetzt one star. Melissa, du hast nicht genug gecraftet. Oh mein, gecraftet. One star. Schau mal, wie viel du gecraftet. Schau mal, geh mal auf craften Ding da. Oh mein, wie viel wenig du... Oh mein Gott, Leute. Wie wenig hast du, bitteschön? Oh, wir ziehen dir gleich das neue Halfter an. Leute, das war so teuer, ey. Oh mein, warum ist das so teuer? Ich check's nicht. Leute, wir machen jetzt... Machen wir nicht Dressur, gell? Nein. Ganz normal, das war uns... Also, finish all tears. Das mache ich für die. Oh mein Gott, Leute. Ich habe das neue Halfter. Ich finde es richtig krass. Oh Leute, ich bin gerade so happy. Ja, oh mein Gott. So gut. So, jetzt musst du, glaube ich... Was musst du machen? Warte, ich muss gucken. Geh mal zu Hannah. Die ist hier online? Ja, aber ich habe ihr gesagt, ich nehme auf. Ich bin... Nein. Ich. Was mache ich da? Ich bin... Ich nehme gerade auf und du bist Level 23. Ich warte, Leute. Die Leute wartet. Ich. Hör auf, du wackelst so. Ich habe gefühlt, wie ich Level 23 geworden bin. Was schreibe ich da? 20. Gewoffen. Gewoffen. Gewoffen, das steht. Gewoffen. So. Okay, Leute. Jetzt machen wir von One Star. Wir brauchen mindestens noch eine Abwohnung. Hä, warum ist hier alles dunkel? Es lebt ein bisschen, Leute. Jetzt. Oh mein Gott. Was ist hier los, Leute? Geh doch einfach aufs Buch. Ja. So. Ähm. Auf jeden Fall, Leute. Wollte. 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 Ich mit euch hier noch einen One Star machen, Leute. Oh mein Gott. Ah, es ist alles dunkel irgendwie. Ich habe keine Ahnung, warum, Leute. Naja. Es leckt ja voll. Egal, Leute. Ich weiß nicht, warum es gerade so ist. Warum, gehst du jetzt nicht einfach Ruhe Star? Ja. Hallo? Ich muss erst mein Pferd, ähm, spinnst du? Ich muss erst mein Pferd leveln. Hör auf damit. Das hast du doch schon. Nein. Ich brauche noch Level 85, um das zu schaffen. Ja, aber du brauchst ja Äpfel oder wie. Ja. Ja, was machst du jetzt? Seid doch einfach mal ruhig. Leute, ich habe beschlossen, das One Star nächstes Mal zu machen. Aber, Leute, meine Freundin Hanna will noch zu mir kommen. Okay, Leute. Auf jeden Fall verspreche ich euch nächstes Mal, One Star. Ja, ich kann heute noch mit euch One Star machen, wenn ihr wollt. Dann gehe ich halt zu ihr, Leute. Ich weiß auch nicht. Bin ich in ihrem Raum? Wartet, Leute. Irgendwie geht es gerade nicht bei mir. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall. Oh, oh. Sie hat es richtig oft bei mir versucht. Ja, Leute. Ich wechsle mal in den Raum, dann kann meine Freundin auch rein in meinen Room. Leute, ich bin gerade irgendwie so happy. Aber Level 22, Leute. Boah, da müsst ihr fahren, ey. Ich sag's euch, Leute. Ich gehe jetzt einfach rein. Reiten. Da habe ich deutsch. Keine Ahnung, Leute. Aber ich verspreche euch auf jeden Fall, nächstes Mal mache ich mit euch One Star. Vielleicht heute noch mit meiner Nervenkarte. Oh, ja. Ich bin noch nicht nervig. Ja, guten Tag, Leute. Hallo. Also, was ist denn hier die Queen? Nee, die Queen hat Spaß. So, ähm, ja. Ich weiß. Ja, ja. Okay, okay, okay. Oh, Leute. Oh, Leute. Was schreibt sie wieder full, oder? Ja, full, ja. Okay, Leute. Ähm. Ich wette, Leute, jetzt, dass ich mit ihm ohne Sattel reite mit Loki. Oh, Leute, wetten. Oh, mein Gott. Ich habe gewettet, Leute. Mit ihm reite ich irgendwie immer ohne Sattel. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich warte nur auf meine Freundin, bis sie endlich da ist. Oh, scheiße, wenn ich jetzt das Spiel verlasse. Scheiße, ich dachte gerade. Ja. Leute, ich bin Level 23. So, Leute. Das ist Hanna. Ich bin jetzt bei ihr, äh, ich bin jetzt bei ihr, Leute. So, sie steht auf dem Pferd. Oh, ich habe keine Ahnung. Es geht Bella Knight. Ähm, ja. Ich nehme immer noch auf. Immer noch. Ich nehme immer noch auf. So, Leute. Ja, aber ich glaube, damit beende ich auch das Video. Es kamen schon lange, Leute. So, ja. Neun Minuten halt. Ja, Leute. Ja, Leute. Ähm. Ähm. Ja, Leute. Ähm. Ja, Leute. Sie sagt, ich soll in Gebiet 2 kommen. Ja, ich beende das Video gleich, Leute. Gleich. Wer schreibt, meine Schwester wetten, oder, Leute? Ja. Okay. Meine Schwester kommt zu mir. Und, ja, Leute. Ähm. Wo ist es jetzt? Ah ja. Gebiet. Leute. Ich finde es so geil, dass wir jetzt. Ich mache vielleicht noch One Star jetzt gleich. Bella. Antworten. Hä? Was soll ich denn antworten? Ich habe doch schon geantwortet. Bella, ich habe gerade ein Apple Grey. Oh, cool. Freut mich, Hannah. Ähm, ja. Grüße gehen auch an dich raus, Honey. Hannah. Du bist ja fast in meinen Videos fast immer dabei. Also, ich meinte jetzt, du warst immer in meinem Video dabei mal. Und die Fiona grüße ich. Ja. Und Misty Cooper, meine Schwester, grüße ich auch. Ja, guck mal. Ich stehe auf dem Pferd, was ich komisch finde. Ja. Hä? Was sagt sie denn? Bella, antworte, was? Ne? Leute, ich check gerade irgendwie gar nichts. Äh. Bin da. Okay. Äh. Oh, scheiße. Leute, bin ich rausgegangen? Nein. Ich beende das wieder. Bella, antworte mir. Ich beende das Video. Habe schon. Warte. Ja, ich komme gleich. Lange. Ja, Leute, das war's dann auch. Okay. Ähm. Ähm, ich beantworte dir gleich deine Frage, Fiona. Rui. Rui. Ich, ähm. Ich beende das Video. Äh. Oh. Ich beende das Video. Okay, ich kann's... Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ähm, ja. Dann bis später, Leute. Ja. Ich will nämlich später noch mit euch One Star machen. Und dann sehen wir uns, ähm, wieder. Ciao, Leute. Ja. Vielen Dank.